Yo was geht ab Leute und willkommen zu einem neuen Video. Heute möchte ich euch zwei neue Challenges vorstellen, die recht easy wieder mal sind. Und die entweder bei euch den neuen Charakter freischalten oder natürlich bei euch fehlt noch eine. Und die letzte Herausforderung oder Challenge, die werde ich heute noch hochladen. Also die erste Challenge ist, man muss den Brenner unter 60 Sekunden töten. Am besten macht ihr das zu dritt, weil das geht am schnellsten dann. Und alle mit Freifeuer und nicht da irgendwie mit Front oder so, macht alle Freifeuer rein und nehmt die 9mm mit. Und wie ihr gesehen habt, ist die Challenge gleich aufgeploppt und es ist wirklich auch recht easy zu dritt. Wie gesagt Leute, macht die Challenge zu dritt, es ist am besten. Kommen wir schon zur nächsten Challenge. Und die zweite Challenge ist, man muss ohne Perk spielen. Das heisst ohne Selbstwiederbelebung, ohne Speed Run, also Speed Cola oder ohne Stemming Up oder einfach diese Blitze, sie gelten nicht da. Was ihr brauchen dürft, sind die Spritzen, wenn ihr auf den Boden fällt. Ich bin auch einmal gestorben, aber da könnt ihr einfach die Spritze aktivieren, das zählt. Und wie ihr gesehen habt, kommt hier die Challenge. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte eine kleine Bewertung da. Am Abend kommen noch zwei Challenges. Die lade ich auch hoch, aber ich muss zuerst arbeiten. Und man hört sich im neuen Video wieder. Bye bye.